Grüezi bei meinem neuen Commentary Forum, Casebrood. Hey Leute, ich bin's wieder mal nach langer Zeit. Ja, ihr seht hier ein Black Ops Gameplay, ein Waffenspiel, das relativ schnell zu Ende ging. Ich glaub drei oder vier Minuten, naja, geht halt noch. Egal, jedenfalls mach ich nur kurz das Infovideo, denn man hört's vielleicht an meiner Stimme, ich bin erkältet. Das war auch der Grund, warum ich jetzt irgendwie fünf Tage keine Videos hochgeladen hab. Einfach weil, ne, Stimme war nicht da. Am Wochenende hatte ich gar keine Stimme und jetzt ist sie langsam wieder da. Aber immer noch irgend so bisschen, ne, weg quasi. Naja, mal gucken. Äh, jedenfalls werde ich am Donnerstag wahrscheinlich wieder aufnehmen, weil ich denk, dann ist die Stimme wieder komplett da. Ähm, und von da an kommen dann wieder Videos. Vor allem hab ich im Moment auch noch Schulstress, der ist am Donnerstag dann auch ungefähr zu Ende. Ja. Ähm, ja, das war's eigentlich schon, glaub ich. Das wollte ich nur mal gesagt haben, damit ihr wisst, warum keine Videos kamen. Ähm, Black Ops Gameplays hab ich noch ne Menge. Eigentlich, also da kann ich theoretisch nicht da selber was bringen. Ähm, einfach mal in die Comments schreiben, was für ein Thema im Kommentar, weil ich hab grad keins. Und dann kann ich das am Donnerstag aufnehmen. Dann werde ich am Donnerstag wahrscheinlich auch Chana Sisters aufnehmen. Und dann hätte ich dann wahrscheinlich wieder genug Videos für die nächste Zeit. Ähm, ja. Gut, dann sag ich noch kurz was zum Gameplay. Denn, ne, Gun Game funktioniert ja folgendermassen. Man kriegt ne Waffe, killt ein, kriegt ne neue Waffe, killt ein, kriegt ne neue Waffe. Irgendwas funktioniert das in COD so. Ähm, es gibt ja auch die Variante mit zwei Kills. Allerdings nicht in COD, sondern in Battlefield. Und dann kenn ich von Counter Strike her noch die Variante mit drei Kills. Aber naja. Gut, äh, hier sterbe ich glaube ich. Oder auch nicht. Ui. Okay, ähm. Dann ist noch die Frage, was für ein Gameplay wollt ihr sehen? Nicht nur das Thema, sondern was für ein Gameplay. Denn ich hab, ich weiß jetzt gerade, dass ich ein Sniper Gameplay hab. Frei für alle 30,5. Und, was hab ich noch? Ich glaub, ich hab noch mit der Pistol was. Jo. Also, sollte da irgendwas da sein. Ansonsten, wenn ihr einfach nur das Thema schreibt, dann, ja, werde ich da schon, äh, ein passendes Gameplay zu finden. So, hier sterbe ich nochmal kurz. Ich glaub aber, das war das letzte Mal. Äh, die Stats müssten dann, äh, 21. Ne? Ja, doch, 21,3 sein, wenn ich's nicht falsch im Kopf hab. Zack, da ist der letzte Kill. Und 21,3 stimmt. Gut. Ähm, ja, das war's damit. Äh, dann wie gesagt, in die Comments schreiben was für ein Thema. Und je nachdem auch was für ein Gameplay. Hauptsächlich das Thema. Das Gameplay kann ich immer noch selbst entscheiden. Von dem her, also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.